Ja, grüßt euch ihr Lieben, da muss man ja nicht jetzt groß viele Worte machen. Ihr seht es ja da, ein Umbruch, wie ihn die Automobilindustrie noch nicht erlebt hat. Darüber geht es im nächsten Film, den ihr gucken könnt, bei VK Bitshoot. All diejenigen, die es bei Wacknews TV aufrufen und sich einen Link dann in die Browserzeile kopieren, bitte darauf achten, dass da eben keine Leerstelle drin ist. Nur so kann dann auch mein Film geschaut werden. Tja, Aufwachen, 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 dieser Artikel ist vom 25.10. in der Süddeutschen Zeitung, also dann doch im Mainstream erschienen.